Tödlicher Unfall auf der A7 Lasterast in Stauende, Transporter wird zerquetscht Hamburg, bei einem Unfall auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Hamburg Nordwest ist in der Nacht zum Mittwoch ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeilagedienstes auf SH-Nachfrage erklärte, geschah das Unglück gegen 3.52 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Dabei war es aus bislang noch ungeklärter Ursache kurz vor der Abfahrtschnellsend zu einem Stau gekommen. Der Fahrer eines 7,5-Tonners erkannte die Gefahr zu spät und raste mit seinem Gefährt ungebremst in einen weiteren Lastwagen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen 40-Tonner geschoben. Der Unfall für Ursäkel wurde bei dem Crash eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. A7 nach tödlichen Unfall in Hamburg in Richtung Norden vollgesperrt Weniger Glück hatte der Fahrer des mittleren Lastwagens, der ebenfalls in seinem Wagen eingeklemmt worden war. Allerdings waren seine Verletzungen so schwer, dass er bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte verstorben war. Der Fahrer des 40-Tonners erlitt einen Schock und musste von einem Notfallseelsürger betreut werden. Die A7 ist derzeit in Richtung Norden noch immer vollgesperrt. Die Polizei ist derzeit vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schock